Studien belegen, Manager zeigen überdurchschnittlich oft psychopathische Auffälligkeiten. Doch obwohl diese Erkenntnis schon einige Jahre alt ist, ändert sich hierzulande nichts an der Personalpraxis, kritisiert Rüdiger Hossib. Manager-Seminare traf den Eignungsdiagnostiker auf dem Personalberatertag zum Interview. Herr Hossib, wie wahrscheinlich ist es, dass ich als Mitarbeiter auf einen Chef stoße, der ein Psychopath ist? Relativ unwahrscheinlich. Die Nicht-Psychopathen sind in der klaren Mehrheit. Gleichwohl ist die Wahrscheinlichkeit, umso höher man in der Hierarchie arbeitet und dann noch jemanden hat, der über einem arbeitet, dass man dort auf jemanden trifft, der tatsächlich psychopathische Züge hat. Die Wahrscheinlichkeit im Top-Management dürfte etwa drei-, vierfach überrepräsentiert sein. Woran liegt das? Ja, Psychopathen haben bestimmte Eigenschaften, Verhaltensdispositionen und auch bestimmte Fähigkeiten, die durchaus auch gefordert sind, die dort allerdings im Übermaß vorhanden sind, die den Aufstieg in hierarchischen Organisationen durchaus befördern. Also die Frage nach dem Huhn und dem Ei, ist es so, dass die befördert werden, die psychopathisch sind oder wird man halt erst durch Macht psychopathisch? Beides ist zugleich der Fall. Also es gibt bestimmte Dispositionen, die sind auch durchaus genetisch determiniert, sich in einer bestimmten Form zu verhalten. Und auf der anderen Seite haben wir es gleichermaßen, etwa zu gleich hohen Varianzanteilen, mit einer komplexen Interaktion innerhalb der Organisation zu tun, die dafür Sorge trägt, dass diese Leute mit erhöhter Wahrscheinlichkeit bis zur Unternehmensspitze durchstoßen können. Was macht denn Macht aus Menschen? Ja, die Guten macht es besser und die Schlechten schlechter. Und da kommt es eben zu dieser verhängnisvollen Interaktion. Glaube ich, ganz wichtig ist, immer auch die Möglichkeit zu haben, hier sich bremsen zu können, auf eine Metaebene zu gehen, sich neben sich zu stellen, was mache ich da überhaupt? Und aber anderen auch die Möglichkeit zu geben, mir dies rückmelden zu können. Also regelmäßiges Feedback, Feedback as a breakfast for champions, wie man so schön sagt, das ist ganz wichtig. Und umso höher man in der Hierarchie ist und die Unternehmensorganisation spielt an vielen Stellen noch eine unheilige Rolle, umso schwieriger ist das eben, realistische Rückmeldungen zu bekommen und gegebenenfalls dann auch noch für sich konstruktiv auswerten zu können. Und wie geht man von Seiten als Mitarbeiter, von Seiten der Personalentwicklung mit einem psychopathischen Chef um? Also in der Regel wird das nicht bemerkt. Ganz im Gegenteil, da kommen einem Leute vielleicht etwas strange vor. Da ist die Fachkompetenz auch nicht da, die klinische Kompetenz, dies abschätzen zu können. Und meist verquickt sich das noch negativ damit, dass auch die Personaler nicht gerade die mächtigsten in den Unternehmen sind. Und wenn jemand gute Zahlen produziert, wird man da über vieles hinwegsehen. Und das ist traditionell so, dass man lieber acht gesunde Backenzähne zieht, bevor man einen eitrigen Vorderzahn opfert. Und wer versagt dann in dieser Kette? Sind das dann eigentlich die Rekruter? Ich glaube, das ist so genau nicht festzulegen. Das ist so ähnlich wie mit der Kreissägenverletzung. Da ist es dann ganz egal, welcher Zacken es war, der den Finger abgetrennt hat, der ist ab. Wir haben es mit einem ganz komplexen Gefüge zu tun. Letztendlich, wenn wir vom Topmanagement reden, ist am ehesten der Aufsichtsrat gefragt. Und die Frage ist natürlich da in der Tat, welche Kompetenz, welche Macht der Aufsichtsrat tatsächlich dann wahrnehmen kann und muss. Wenn man nochmal an die Führungskräfteentwicklung denkt, was kann man da tun, dass man verhindert, dass solche Psychopathen sich heranbilden? Also es ist vielfach so, dass die Leute, die in die Unternehmen hoch aufsteigen, ja nicht sagen, ich bin das durch die Segnung der Personalarbeit geworden, was ich bin. Sondern diese Leute werden häufig nach einer einmaligen Berührung mit Personalern diese auch eher meiden. Und in der Regel ist das auch so, dass das dann der Karriere erst recht keinen Abbruch tut. Die Frage ist, welche Macht einfach Personaler auch in den Organisationen haben. Und das ist nicht zuletzt verknüpft mit den Kompetenzen. Da gibt es noch viel Luft nach oben. Braucht es dafür eine andere Öffentlichkeit vielleicht auch, also von außen? Da bin ich mir sehr unsicher. Also das weiß ich nicht. Wir werden nicht alles öffentlich machen können. Gerade diejenigen, die wenig Öffentlichkeit produzieren, sind wahrscheinlich die, die relativ gut arbeiten, die wenig Showmanship arrangieren. Und dieses, ja, nach außen strahlen, glänzen durch außerordentliche Aktivitäten, Aktionen, ungewöhnliche Entscheidungen, hoch charismatisch, das sind häufig nicht die Leute, die gute, geduldige Arbeit fördern und die die dicken Bretter bohren. Aber das ist vonnöten.